bevor das video offiziell losgeht wollte ich euch mal kurz was fragen es haben ja viele youtuber eine richtige anmoderation und halt sie benennen auch ihre abonnenten manchmal wenn man aber nennen sie als aboenden manche als zb wie dr bangs als rabauten da habe ich bei der frage wie ich in euch benennen soll da würde ich gern wissen hätte ich auch eine richtige anmoderation ja das wollte ich eigentlich nur noch sagen und jetzt viel spaß mit dem video hey leute willkommen zu einer weiteren folge von tiny cow mittlerweile schon der fünften folge und das ist schon die dritte folge die ich an einem tag aufnehmen die aber nicht an einem tag halt rauskommt die halt die hier kommt wahrscheinlich an mittwoch wahrscheinlich seht ihr das ja mittwoch würde ich sagen ja letzte folge halt mozzarella jetzt gouda mein absoluter lieblings käse und wir haben wieder mal nichts ja deswegen produziere ich erstmal ein paar kühe das ist eh direkt wieder voll die erste scheune aber dafür gibt es halt richtig richtig schnell milch so und komplett voll ne ja ja jetzt guckt euch den balken an geht der balken schnell voll geht so jetzt stürmen aber die ganzen kühe da rein guck mal wie schnell das geht ich habe jetzt schon fast 1000 ja ich kann direkt wieder ich kann direkt zum stall machen äh ups da kommt 1500 dauert auch nicht lang boom 2300 dauert ja auch nicht lang und danach kann ich dann 2000 kühe haben boom erstmal nur das zum glück gibt es auch natürlich auch meinen absoluten lieblings käse in diesem spiel der durfte natürlich nicht fehlen so zack ahja ich habe eben mein daily gift einfach geöffnet man kriegt ja jeden tag ein daily gift habe ich das einfach gemacht okay das goal ist immer noch ähm 1000 millionen das sind eine billionen okay 48.000 ist eigentlich egal heute watchen wir keine videos dann habe ich weniger zu bearbeiten weil ich irgendwie gar keinen bock habe jetzt zu bearbeiten oder halt generell gar keinen bock heute noch zu bearbeiten also zu viel zu bearbeiten bearbeiten muss ja eh aber zu viel zu zu viel zu bearbeiten ist ist wirklich blöd also direkt auf 360% 375 120 kommen 83.000 schaffe ich doch easy boom ja das ist echt direkt wieder richtig reingelunzt es ist halt wenn man neuen quizze bekommt halt anfänglich erstmal viel einfacher so dann nochmal hier ein bisschen das increased cheese value ich sollte vielleicht mal mein handy einfach auf den tisch legen das wird wohl am einfachsten sein so Kühe immer mehr immer mehr immer mehr Kühe so da vergesse ich auch immer manchmal einfach ein Silo zu bauen mhm boom das sah nach ah gleich sitze ich schon voll what the fuck achso was ist denn voll achso das habe ich können ich das vergesse ich auch immer wieder ne das mache ich auch einfach nie 700 1000 machen wir erstmal das einfach nur da kommt wohl noch ein Mini Truck mhm ja dann mache ich irgendwann später noch mehr aber jetzt gerade mal nicht Vogel der Vogel hatte auch was dabei und jetzt kann ich wieder ganz viele Kühe ranholen man ist das geil alter und es macht mir einfach immer noch Spaß es ist halt einfach krass ich habe halt jetzt in letzter Zeit in letzter Zeit habe ich halt auch sehr viel ähm ihr wisst schon äh wie heißt es hier habe ich schon ganz schön viel gebracht aber ich stehe gerade voll auf dieses Spiel Lin ja direkt auf Max Gut, so. Boom, das ist auch direkt hoch. Boom, nochmal. Für 1,4 Millionen, Doubles Cheese Value. Ja, okay. Kann man auf jeden Fall mal machen. Boom. Was gibt der? Okay, das ist gut. Ach, Mann, ey. Wie viel habe ich da jetzt bei Premium eigentlich? Ganz oben. 8 Kühe in der Sekunde, wenn ich nur draufhalte. Dann guckt euch ja das an. Wie viel das ist. Und dann wie viel ich mache. Ich mache da, ey. Das sieht echt krass aus, wie viel ich mache. Einfach mit Tippen. Es sieht halt einfach viel krasser aus. Ah ja, stimmt das. 1 Billion in 1 Second. Das kann dauern. Nö, für eine Billion. Okay, das hätte sie jetzt gebracht, aber trotzdem. Eigentlich auch egal. Linhei reicht erstmal. Weil ich brauche halt gar nicht so viel Platz, weil ich nicht so viel Kühe machen kann. Ah. Okay, das habe ich auch gekauft ein bisschen. Der Cloning Factory Refill ist echt wichtig, ey. Dann warten wir jetzt erstmal auf 23,4 Millionen Dollar Geld. Wie auch immer man das jetzt nennen will. Cargo Van. That does whatever a Cargo can. Ja. Wenn ihr die Anspielung beim letzten Part mit dem Mozzarella Ella begriffen habt, dann seid ihr krass. Wenn nicht, dann seid ihr die übelsten Lauchs. Anders kann man das einfach nicht sagen. Weil das muss jeder verstanden haben. Wirklich jeder. So, nochmal hier. Das kann ich jetzt kaufen. Super. Ja, ja. Cheese Certifications sind immer gut. Die geben richtig viel Geld. So. Mach ich noch hier die Cow Supplements. Trained Milkers. Auch wichtig. Auch wichtig. Guck dir das jetzt an. Cash per Sekunde geht immer so um die 8.000 hoch. Und wenn der Cheese Value 25% ist, dann um 15.000 so ungefähr. Nice. So, jetzt kriege ich 500.000 schon mal in der Sekunde. Und es wird immer mehr. Geil. Für 3,2 noch mal das holen. Es läuft halt einfach hart gerade. Ich drücke halt die ganze... Ich habe halt einfach die ganze Zeit daneben gedrückt. Jetzt kriege ich sogar eine Million in der Sekunde. Und du gehst mal weg, weil ich nur hier draufklicken wollte. Alter. Ich habe den krassen... Er will... Ja, ich habe den... Es gibt ja... Es gibt einen Vogel, der fliegt richtig schnell und der gibt dann immer richtig krasse Boni. Der ist hier gerade vorbeigefahren. Äh... Vorbeigefahren. Ja. Ja, okay. Auch gemaxed. Jetzt mehr Kühe. Ein Gift. Eine Billion. Sieht man doch immer wieder gern. Ja. Wie ich das hart upgraden konnte gerade. Mit den Cheese Earnings. Wie heilig. So, Capacity. Pot Recharger auch gekauft. Making Rate 5%. Das ist natürlich gut. So. Das kostet ja alles so viel. Bis auf das eine. Well-Oiled Milkers. Milky Oil. Prozent ist immer super. Das bringt dann immer mehr Geld ein. So. Jetzt erstmal ein bisschen Kühe noch machen. Alter, ich kriege gerade 10... Oh. Mein Gott. Hart. Gleich jetzt weniger in der Sekunde, aber trotzdem. Okay, Leute. Wartet mal kurz. Ja, Leute. Da bin ich wieder. So. Making Rate. Upgrade. So. Also, ich werde halt hier... ...noch mal ein bisschen hier in diesem Tier... ...3, glaube ich. Ja. Tier 3. Der krasse Vogel kommt wieder. Ich hab den schon wieder erwischt, Alter. 65 Billionen. Alter, alter, alter. Erstmal Marching Music. Dann der Pod Recharger. Fleet Size by 1. Making Station. Nein, ich rate euch jetzt nicht. Hab ich immer noch nicht gemacht. Schäbe ich schon den ganzen Tag vor mich hin. Noch 12 Researcher? Noch 12 Sachen researchen? Wow. Das dauert ja echt nicht mehr lang. Voll geil. Wie schnell recharze ich das überhaupt? Ziemlich, ziemlich schnell. Guck mal, ich mach jetzt so viel. Eins, zwei, drei, vier... Keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Das hat nur ein paar Sekunden gedauert. Aber guck mal, wenn ich die Kühe mache... ... dann kriegt man hier 25 Millionen oder so. Kommen gleich 25 Millionen? Nee. Aber 23 Millionen die Sekunde ist schon... Das ist schon gut. Kriege ich ein Gift oder eine Zeitung? Ah, ein Gift, okay. 18 Billionen. Kann man auf jeden Fall mal sich gönnen. Ich suche gerade was. Soll ich das? Ja, nur noch zweimal kann ich das machen. Oh. Noch einmal für 10 Billionen. Ja, 99 Billionen, das mache ich mal kurz, Leute. Wir sehen uns gleich. Ja, Leute, ich habe das jetzt geguckt und ich kriege 99 Billionen. Was auf jeden Fall ziemlich, 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 ziemlich nice ist. So, dann können wir uns das auf Max kaufen. Max kaufen. Das ist ein bisschen hoch, warum auch immer. Wow, das kostet echt voll viel. Cheese Value, 25 Prozent. Capacity of all Milking Stations. Ja, das brauche ich gar nicht. Ich kriege eh nie so viele Kühe. Ja, direkt wieder 235 Prozent. Okay. Oh ja, maxed out, maxed out. Noch lange nicht maxed out. Alter, man kann ja bis Hover Truck 54 Millionen Käse in der Minute. Genau. Ja, noch mehr übertreiben. Erstmal eine Couchette holen. Für alles, oder? Hier geht aber auch gar nicht alles, aber... Es wird gleich gehen. Boom. So, jetzt. Jetzt, ähm, wieder ein bisschen... Kühe. Also, das refüllt sich ja ziemlich schnell. Dann dauert das gar nicht so lang, bis ich wieder... Bis ich wieder komplett... alles machen kann. Ja, immer noch. Das wackelt nur die ganze Zeit so rum. Wie viel brauche ich überhaupt noch bis zum nächsten Käse? 26 Trillionen Farm Value. Hm, so lange dauert das nicht. Aber es ist doch nicht so kurz. Und ich habe den coolen Vogel gehört. Nein, diesmal habe ich ihn nicht bekommen. Aber man kann das auch verkraften. So, dann wieder Kühe machen. So, dann wieder Kühe machen. So, und zack. Hm. So, was kann ich bei den Boosters? Ja, man kann immer noch mal zwei. Für zweieinhalb Stunden, wenn man ein Video guckt. Wenn ich das hier einfach so... aufnehmen würde, wenn ich das einfach nicht aufnehmen würde, sondern einfach spielen würde, dann hätte ich mir schon... Hätte ich die ganze Zeit alles angeguckt. Immer wieder. Aber ich habe halt einfach gar keinen Bock, die ganze Zeit zu bearbeiten. Also zumindest nicht so viel. Das ist halt schon der fünfte Part. Oder das ist halt der dritte, den ich heute mache. So. Was zum Upgraden? Ich glaube nicht. Noch ein bisschen Kühe. Oh. Ich kann wieder ein Video angucken. Aber will ich das? Nur wenn es so 100... Wenn es, sagen wir, 500 Billionen sind. Es sind sogar 600. Ja, Leute, ich bin noch mal ganz kurz weg. Ja, Leute, ich bin wieder da. 600 Billionen in aller... Learning Factory Capacity... Capacity, aber nach... Oh, ein Random Gift. 158 Billionen. Ja, noch mal rein. Ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Cheese Value. Ja, noch mal hoch. Milking Rate. Ebenfalls. Ja, dann noch... Ja, noch mal 5 in der Minute. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war es von der Folge. Folgt mir auf Instagram. Abonnieren und Like nicht vergessen. Auf jeden Fall auch Intro-Sapp. Da mache ich Intros. Für gewisse Leute. Und ja. Ich würde sagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.